Ja, das ist hier der Blick bei mir aus dem Balkon und hier ist direkt eine... Hi, Kita ist hier! Ja, und? Ich beschreibe die Situation für die Zuschauer von dem tollen Kurzvideo. Was für Zuschauer? Weiß ich nicht, die gerade weggehen. Na? Ein Film hat noch eine Runde. Ja, Film hat noch eine Runde. Spitzbereit. Hast du halt Tee getrunken? Ja. Geil.